Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Warpto mit dem Wesley. Hallo. Hallo, hallo. So, ich würde sagen, äh... Mal runterlaufen. Wir brauchen Öl. Ja. Oil. Ja. Oil, oil, oil. Ja, ja, ja. Besten richtig dickes Feld. Ob wir mal was puffen können. 3.000% oder so. Mindestens. Das wäre schon nice. Oh, wir können Radar usen. Guck mal. Patsing. Was ist denn das denn? Haben wir geforscht. Ja, wow. Das fiel mir überdacht. Ja gut, die nächsten werden mehr. Weißt du noch, wie es läuft? Ja. Bald wird gestabilized, Junge. Dann wird richtig geöhnt hier. Dann geht's ab. Warum nehme ich keinen Panzer? Weil der Panzer scheiße ist. Irgendwie schon, ne? Der ist zu lahm. Der ist zwar geil zum Nester kaputt machen, aber so zum Rumgucken ist er irgendwie kacke. Irgendwie ist er auch nicht geil zum Nester kaputt machen. Ich weiß es nicht. Ich fand den Panzer irgendwie noch nie toll. Na doch, eigentlich fand ich den schon immer cool. Aber der ist halt so langsam. Das nervt mich ein bisschen. Alter, ey. Hier ist ein Roboter-Hangar drin. Und acht schnelle Untergrund-Fliesbänder. Nice. Habt ihr auch einen Roboter-Hangar? Ja, hey. Ich will noch die Robis. Was man hat, hat man. Warum ist hier so viel Kohle? Also in meinem Zuhause ist nicht so viel Kohle. Oh, was haben wir hier? Wow. Na gut, 63 Panzerbrechen in der Muni. Finde ich nicht die Kisten. Da laufe ich immer ständig an dem vorbei. Das glaube ich schon eher. Ja, da bin ich glaube ich an einem vorbeigelaufen. Hier, du hast doch da sogar Öl gefunden. Ja, das war zu wenig. Naja, Notfalls müssen wir das nehmen. Aber ich hätte schon gerne ein bisschen mehr. Okay. Mehr, mehr, mehr. Hast du den Teleporter? Ja. Positiv. Tja, ne? Bin ich denn eigentlich hier? So ein Eisenfeld und ein Ölfeld nebeneinander. Das wäre nice. Könnten wir mal richtig Eisen schöveln. Das wäre nice. Oh, noch eine Kiste. Oh, was ist das für ein großer See? Okay. Hier, Kilometer weiter rumlaufen, ey. Wesley, hinter dir ist eine Kiste. Was? Geh ein bisschen weiter noch. Ein bisschen nach oben. Ja, dann läufst genau drauf zu. Noch ein Stück weiter. Ah, und jetzt da vor dir. Ja, Wahnsinn. 35 rote Signalkabel. 80 panzerbrechende Muni. Und 6 schnelle Unterirdische Fließbänder. Krass. Na gut, die panzerbrechende Muni ist schon ganz nice. Ey, die Untergrundbänder auch. Ja, okay, jetzt auch. Der soll mir nix zufriedenzustellen, ja, Mann. Nix. Gar nix. Kannst du den Finger hinhalten, da reißt du dir an der Hand. Ah, so Öl ist so semi im Moment, ne? Nee, ich hab noch keins gefunden. Ja, okay, die ist eine da. Aber das ist nur 500. Ich hab noch null. Ja, 500 ist halt auch nicht viel. Das reicht, damit die Maschinen so ein bisschen laufen, aber so zum Puffern wären schon so 2000 ganz geil. Oh, hier ist ein Eisenfeld. Ein Riecht. Alter, was ist das denn, Alter? 17 Millionen Eisen. Oh, was haben wir da denn? Aber dafür mache ich Schwabbeln. 5.000% Ehrlich? Ja, Mann. Komm her. Komm her hier. Oh, du bist am ganz anderen Ende. Ja, aber ich kann, ich kann warpen. Warte. Blub. Oh, geil. Ich bin noch im Weg. Wo muss ich denn lang? Kann ich da links rumlaufen? Ich versuch's mal. Wir sind auf Öl gestoßen. Alter, das Öl ist teilweise so dicht beieinander. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit bauen kann. Klar. 5.000%. Dann müssen wir erst mal einen Puffer ausbauen, würde ich sagen. Wir bauen den größten Puffer, den es gibt und bleiben hier so lange, wie es auch nun geht. Geil, Alter. Geil. Geil. Boah, 5.000%. Das kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Dazu fähig Eisen in der Nähe, ne? Ne, mal gucken. Dreh mal hier eine kleine Runde. Was? Bob Reactive Scanners. Oh, doch. Da oben ist Eisen. Willst du das noch anschließen, oder was? Ja, weiß ich nicht. Könnten wir theoretisch auch noch durch den Dings jagen. Okay. Ey, was machst du denn mit deinem Zeug hier? Das ist ja alles im Arsch. Ey. Was für ey. So sind die so stark. Ich kann das nicht sehen, so kaputte Türme. Weiß nicht. Muss die dann immer reparieren, auch wenn's dauert. Ich repariere das auch immer. Meistens. Genau, deswegen ist ja auch hier dein kompletter Turmbestand im Arsch. Ach, schon knapp. Ach, schon knapp. Müssen wir aber diesmal versuchen, länger zu bleiben, ne? Mhm. Hast du noch... Okay, warte mal. Ich hol mal Rohre, oder hast du... Nee, Rohre habe ich eigentlich. Hast du noch ein paar Förderer? Nee, ich hab nix. Ich hab alles, was ich hatte, gebaut. Hm, mir fehlt Stahl und Grüne. Ich guck mal, ob ich noch welche besorgen kann. Stahl, Stahl, Stahl. Wie kann ich denn bauen? Fünf kann ich bauen. Bauen noch 15. Da, warum hab ich gerade eine Maschinenpistole gebaut. Den ist mal gut verteidigen, hier. Besten mit Flammenwerfern. Öl haben wir hier. Joa. Okay, ich geh mal Fließbänder machen. Gelbe Fließbänder, haben wir die irgendwo? Nee, ne? Bei der Forschung. Bei der Forschung, ja. That's right. So, dann noch ein paar Förderer bauen. Und noch mehr Fließbänder. Öl, so viel Öl. Hast du nur Lasertürme? Nope. Okay. Okay. Hm-mm-mm-mm-m-mm-mm-mm-mm-mm. Hm-mm-mm-mm. müsste ich auch gelbe bauen kannst du noch erzförderer bauen 20 oder so reichen aber erst wenn meine flammenwerfer fertig sind weil der macht wirklich flammenwerfer in sicher er zieht einfach durch die schon daneben steht super geil direkt anschließen ok 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 so warte mal jetzt können wir mal gucken fünf zu zwei alle arbeiten gut aus ja geil man ja geil gut aus gut aus gut aus gut aus gut aus gut aus so scheiße gut aus 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 Was hast du denn? Herz für Draht. Ja, danke. Hier muss halt nur noch Verteidigung hin, ne? Ja, hier stehen zwei Flammenwerfer, jetzt ist es reich. Boah, ich brauche noch Fließbänder. Verdammt! Flammenwerfer, Flammenwerfer. So, warte mal. Nichts besseres. Wie lang kann ein Tor eigentlich sein? Vermutlich unendlich. Sieht aber schon witzig aus. Hat das mal einer ausprobiert? Gib's am Maximum. Na ja. Na ja? Wofür brauchst du so ein langes Tor? Ich will's aber wissen. Einfach, damit man irgendwann mit diesem Wissen prallen kann. Ach so. Das Übliche also, ja? Weil irgendwann hast du jemanden, der fragt. Irgendwie, dann kann eigentlich so ein Tor sein. Ha, das weiß ich. Und zwar so und so lang. Also ich schätze, das geht tatsächlich unendlich. Weil du kannst es ja eh nur in eine Richtung machen. Du kannst ja damit keine, keine Kurven oder so. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube nicht, dass es eine Million Felder weit geht. Oder zwei Millionen. Zwei Millionen wäre Maximum. Warum wäre zwei Millionen Maximum? Weil die Karte nicht größer sein kann. Als eine Million Felder in jede Richtung vom Startpunkt. Oh, scheiße. Ja, siehst du, dass du so wissen, was ich nicht weiß. Jetzt konntest du gerade prallen. Ja, siehst du? Und ich fühle mich richtig geil dabei. Das glaube ich. Da werden die Eier gerade dick in Hose. Pufferst das Erz nur hier? Ja, ja, erstmal nur. Ja. Ja, wir kriegen ja hier unten. Haben wir ja jetzt auch Eisen am Start. Der Puffer läuft ja voll. Würde gerne noch mehr haben. Kupferpuffern wäre auch nicht schlecht. Eisenerz ist schon mal ganz nice. Nur Kupfer haben wir im Keller. Noch nicer wäre, wenn wir noch mehr Eisenerz bekommen. Aber hier kriegen wir ja gut. Hier kommen schon zwei rote Bänder rein. Das ist schon ganz geil. Wie schnell der das voll ballert hier, ne? Ja. Oh, wir müssen den Ölpuffer vergrößern. Ja, ich bin schon am Bauen. Wollen wir vielleicht noch woanders einen Ölpuffer bauen? Oder nur hier? Wir haben halt nicht so viel Platz, ne? Aber wir müssen so viel Ölpuffer, wie es nur geht. Ja. Ja, die Lava, ganz ehrlich. Machst du weg. Aber abreißen, oder? Ja, ja. Der ist ja nur Stein. Runde brauchen wir es ja gar nicht. Und heizen konnte man damit auch, oder wie war das jetzt? Ne. Da kannst du nur Stein draus herstellen. Mach weg den Scheiß. Brauch kein Mensch. Jawoll. Vollknallen. Weißt du, was geil schmeckt? Pfirsich-Nektar. Ich habe mir gerade ein richtig großes Glas Pfirsich-Nektar geholt. Das hört sich schon pervers an. Zeug mal so süchtig. Hä, wo geht was in den Arsch? Boah, Alter, die rennen hier oben die Bude ein. Alter, was ist denn hier los? Habt ihr Langeweile, ihr Vögel? Alter, wie wollen wir das denn hier lange verteidigen? Boah, guck mal, die haben wir hier da. Ja, wir müssen mal ein bisschen nester klatschen gehen, Wesley. Ja, wenn wir länger hier bleiben wollen, ja. Auf jeden. Scheiße. Geht Panzer, oder was? Wir haben hier noch keinen Ausgang. Haben wir doch hier. So. Oh, da geht's nicht weiter. Ups. Ha. Ups, sagt er noch. Ups, ups, ups. So. Attacke. Toll. Alter, was? Warum rammst du mich? Auf dem Weg. Was ist denn durch? Ich bin auf Mission. Platz da. Ich bin Panzer. Alter, was? Leute. Warum jetzt nicht verrecke? Hast du ein Glück. Alter, stirbt. Okay, ich muss mal kurz hier eine Repair-Runde machen. Bam. Bam. Eieiei. Bam, bam. Oh, wir können Radar usen. Das ist gut. Okay. Na, ist da klatschen. Na, ist da klatschen. Na, ist da klatschen. Aber gleich keine Munition mehr. Das Problem. Darfst nicht schießen. Einmal durchfahren. Durch die Buden. Oh, wo kommt er? Von da. Ja. Ach, verdammt. Nicht schießen, sagt er. Die machen auch mal. Ja, ein bisschen schon schießen, aber nicht komplett, meine ich. Sei denn, es geht nicht anders. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Moin, geht's weiter? Level 20, sehr schön. So, wir klatschen ein bisschen, also wir sehen uns morgen wieder. Also, macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss. två, tschüss. Läuft uns mal gibt's. Tschüss.